Prozent genau zu mein und wir spielen zusammen mit wir oder alle erbauten und Giani 005 8 kennt ihr auch schon als Florian war schon in Battlefield 3 mit dabei und die die Kloppen nicht gerne aber ich halte mich jetzt da auch vor und es war pvp das regeneriert sich immer wieder Prozent aber auch nicht das regeneriert sich immer wieder was denn auch auf jeden Fall er ist was ab so er ist auch nicht ja und wir wollen ja nur ich glaube es auch und wir wollen das so ist es sind die Bauen und um ja jetzt aber mit ihr hier botmog was bauen wir denn wie die die er hat er so wollen wir bauen war holz ab aber nicht hier die ja ich kann abwärts 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 dann ist warum ein paar tropenholz und aber auch und ich nehme übrigens auch ja er hat auch auf der du hast mit dem kalt oder ja okay dann sagt doch mal kurz wie du heisst und das war das auch das Wort ist ja wirklich das Abbau kommt er ist das Spiel und o.a. okay ja ich weiß dass ihr OP ich krieg irgendwie kein Holz wenn ich heute sag' gerade wo ist es hin? äh mein Kopf ist auch noch ein äh lol ich hab Holz 1 Schuhe an ja ich sag doch und das hab ich grad mit LOL mit GF GF was ist mit dem Server los? Ich hab ne Workbench Ach und die ganzen Plugins, die eben gerade waren, die hab ich nicht drauf Ich hör mal ganz kurz den Stream, ob die Lautschläge so geht Du musst es doch über den Stream Oh man hört euch alle doppelt, das bedeutet ich müsste jetzt runterdrehen Also ich komm nicht aus dem Inventar raus Das bedeutet ich müsste euch alle runterdrehen, aber dann hört euch nicht mehr, wie machen wir das denn jetzt? Soll ich mich einfach leiser machen bei Sky? Nee, das bringt's dann auch nicht Ach nee, dass du... Hm hm hm, toll Vielleicht... Warte mal, ich tu mal ganz kurz hier was ändern In den Einstellungen Genau, deswegen hab ich gesagt, du sollst Fraps benutzen Ja, mit Fraps könnte ich nicht live gehen Ja, aber...ja, okay Aber jetzt im Moment guckt es oder so bestimmt keiner auf Also Flo vielleicht, was nebenbei aufmacht Einer guckt Ja, Flo wahrscheinlich Nee, ich hab äh... Naja, das wird jetzt nicht so schlimm sein Naja, das wird jetzt nicht so schlimm sein Naja, egal Ähm, ja okay, ich mach kurz nen Schwert Ich hab nen Schwert Alter, es leckt grad ein klitzkleines bisschen hier bei mir Ich mach mir mal nen Steinschwert Äh, ja Äh, hast du Steine? Mach mir mal, dann gib mir mal drei Steine Ja, du kannst hier ab... Äh, aber ich hab noch keine Pigex Ich dachte, du hast hier nen Aimpot-Skelett gesehen Ja Deswegen hab ich mir nur bis jetzt nen Holzschwert gemacht Wo soll das? Das war ja grade Das hat da gestanden Aber jetzt ist weg Lukner Ich baue mir auch mal kurz kurz den Stein ab Ja, gib mir Los, arbeitet meine Knechte Mach, ha, ha Und da hinten ist Kohle Das Dreck Was der der Fick Ich hab gesagt, das Dreck hat den Dreck in der Hälfte Oh, voll die Box, eh Ich hatte diesen normalen Minecraft-Server Oh, äh Echt wie cool Pass auf, als ich nicht ne Schlage Ja, passt schon Oh, oh Okay Das war doch hier jetzt mit Absicht Nein, das war doch nicht mit Absicht Ah, okay Oh, ah, oh, da hast du das gelöst Oh, oh Oh, oh Oh, hab ich mein Schwert? Na So, das dauert jetzt immer ein bisschen länger, weil ich noch Holz hab Aber ich mach mir dann gleich eine Steinachst Wollen wir dann hier unser Haus reinbauen, da rein? Und das baue Steine für nicht der Power Das war auch nicht mit Absicht Ja, klar Ja, wenn du nämlich reinholst Wollen wir hier, äh, unser Dings reinbauen, unser Haus? Woher? Na ja, hier Ja, wo hier ist? Ich kann nicht Na ja, da und so, oder? Also Also hier so in dem Raum, da wo die Höhlen und so weitergehen Oh, ich hätte volle Aufnahme auf Toilette gehen sollen Scheiße So, ich soll das, was, so was fällt denn immer nur ein, wenn man in der Aufnahme Daher, mach mal ein paar Fackeln Ich hab' auch nur zwei Kohle, wo die anderen Kohlestücker hin Hehehe, ne Ko, ne Ko Ja, ne Ko Na, okay, okay Ah, so ging Ja so, seitdem ich schlöre, ins Zombie ich hoffe es ist besser und so weiter ich habe acht Fakten der Schwer der Kuh auch auf dem Kursen der Kohle nicht ich bin die Welt der Welt ist die Welt ja bei der EU bei der E.P. Hauer es ist sehr gut ein Teil der E.P. meine Kohle sich eine Idee von der Welt und ich bin dann gleich in der Willen genommen die Schilder das geht man nicht an er hat er hat denn hier einen die ganze Ruhe möglich das ist das sicher sie hat verloren die Romalik halter ich helfe den Kopfhörer schon wieder raus hallo der Verbraucher ist er die Steiner die Holzachst ich habe keine Holzachst Alter Creeper wer hat mich jetzt hier rein wo bist'n du? Tommy Na komm her Na komm her Alter ich bin tief in der Höhle Aja 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 das Weg das war der Pegelkopf Romilko was zuhause ja ich war Polo und Eisner wenn man dann bau ich mein bisschen und wenn ihr euch frei kommen wenn man einen Schwer hat wenn ihr euch fragt warum wir von Anfang an schon Steak allen in der Hand hatten Mirko noch krill die Held Noia die Steak Oh nein 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 Oh mein Gott noch eins Oh nein Oh nein Oh mein Gott die ganze Kohle kaputt es sind leider vertreten 5 aber es macht jetzt noch nicht weil ich habe ich auch weiter vier Stück also gemacht das ist das leute ich habe schon drei Punkte also Prozent sehr gut ziemlich gut gerade bei mir mit den Berliner BG und 50 Kuh Schatz 12 an dafür habe ich die gleiche Eisen da ist er ich wir äh wieso ich baue das doch gerade ab ja ich weiß aber ich bin ja nicht so egoistisch ja weiß wie so ja wie ist hier auf dem Sörer an so genau so ja ich glaube ich will mir das noch mal mit dem Plugins äh nee andersrum so mache ich das mal und das hier hin und das da hin das Essen kommt weg aber ich muss mal kurz weg ich hab sie los viel Spaß ja wer wollte fackeln ich hab jetzt 57 fackeln ich hab noch einen und wir bräuchten bis 1 hat die Kohle verbraten scheiße wir hätten noch einen Ofen machen können E.N. Hof aus Wasserstein ja klar aber du brauchst die Kohle um rein zu machen ja es ist gut das hätten wir machen solch müssen Granit abbauen Prozent er soll ich hoffe man hat die Klub er hat die Klub nicht gehört ja 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 was ist das denn oh Pilze Pilze und Kohle und Eisen ja Kohle ist sicher für den Eisenkörper uns Dings machen mit was für ein Tektapack spielt ihr? ich spiele eine Mischung aus TREX POBD, MISA und TESAMAR ja ok das ist wie das normale äh äh und es gucken äh 15 Leute zu in Ernste? ja ja hallo Daniel ich hab' ich hab' ich hab' oh mein Gott ich auch oh oh böse hier ist die Kamer des Schreckens Leute wo seid ihr? ich hab' ich hab' gleich eine komplette Eisenrüstung ich guck' auch hier mal ich bring' euch was mit ich guck' auch mal hier rüber auf den Chat also ihr könnt auch im Chat schreiben wenn ihr Fragen habt oder so bring' euch ein Creeper mit wieso? komm' ja los da hier Beifuß ich hab' die Warte ich fühl' dich zu ihm ja komm' mal ich mach' den Platz also wenn ihr jetzt da links die Trappe hoch da steht er da in Italien hast du denn die Kälmerkücher? nee soll ich die anmachen wir müssen die Leute doch äh im Chatternut äh die Filme an nein Leute das war bei uns ja ok bei mir sind schon drei Kühler ich bin mal leise ich bin mal leise wenn ich würde das mal äh lass ihn kriegen noch ein bisschen gegen Dings auch schon Hunger ich weiß ich hab' nichts zu essen ich brauch' auch was ich hab' auch was ich hab' auch noch das Fleisch ne ich hab' auch ich hab' auch noch das Fleisch ne ich hab' auch so das war mein Fleisch nein nein ich hab' keine Kriegs mehr ich hab' noch eine willst du eine ich hab' noch eine ich hab' wieder Hunger na mach' die Essen komm Flo wir gehen mal auf ähm es ist doch eine Runde Sandstein genau es gibt es gibt ja auch nicht zu sehr zwischen den 10 wow wo hast du denn jetzt wieder her ich bin da verhungern ähm es ist noch mal kannst du nicht komplett verhungern nein nein creeper wow wo das war dann 4 ich war mir in das Essen wuii weil ich bin einer Rock ich bin einer Rock ich bin einer Rock Bench und dann aber Rock Bench und das wäre so richtig ärgerlich was ich hab' ich hab' äh 46,7 Uhr und 40 Eisen ich fahre mir ein paar Hühner ja was ich mach' ich mach' offen ich glaub' ich fang' an äh nicht mehr zu auf oh jetzt hey warum habe ich jetzt eigentlich wieder voll in die Prozent genau weil doch was gegessen hast du da hinten ist ein Ei ein Ei bringt sehr viel ah 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 kann man noch nicht mal essen ja weil du kannst äh auch viel machen Hühnchen war ich schmeiße ja auch gut Glück mal komm' um Huhn raus kommen bei uns oh ein Huhn du musst aber äh wachsen lassen ich muss sagen dass er sich sofort töten oh mein Gott weil sie auf mir nicht weg ich beobachte die Probe doch er geht wo er war er wird ich bin das schon etwas zu essen war Marien aber ja los wir können das selber das geht nicht auf mich ich hab' Apfel ich hab' Apfel ihr sollt' doch nicht auf mich gehen ich hab' mich 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 im Ofen drin wir haben ja ich hab' gerade rausgeholt mein Essen oder ich hab' jetzt 47 Kohle rein äh ich hab' einen Apfel ich hab' gebratenes Hühnchen wow ich höre noch was ich weiß schon wo die sind ich muss noch Hühnchen aber ich weiß nicht wo äh normalerweise im Dschungel immer in den Blättern drin wirst du das noch bist du das noch? au 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 ich hab' doch gerade einen Huhn gehört ja ich höre die ganze Zeit hier ja ich höre euch das reicht mir schon au Kohle ja ich hab' immer weiterfahrend da finde ich einmal was und dann ist Mirko direkt schon wieder da normal haben die Leute im Chat englisch schon was geschrieben? ne ne ich glaub' ich schweiß nicht das geht doch so los äh wenn ihr euch da draußen fragt warum man die beiden hier doppelt hört das liegt daran dass ich zwei Aufnahmequellen irgendwie angeben hab' aber ich weiß nicht wo aber ich hoffe das kein Problem man versteht ja alles ne ich ja ja jetzt hat man das alles fünffach gehört wahrscheinlich sechsmal da hinten ist Kakao ich geh' mal den Kakao und noch ein Ei ich geh' mal den Kakao holen das